Tja, schwierige Zeit, oder? 45 direkt nach Kriegsende, einfach so mal nach Halle fahren, in den Zuständen. Das war eine Unzeit, das war eben Stunde Null. Der Traudl war neu, die kennen Sie vielleicht schon, die ist ja schon beim letzten Mal gekommen, und die war Flüchtling aus... Aus dem Sudetenland kam die, und die kamen uns überall hinterher. Da waren wir doch damals, ich weiß nicht, einen halben Tag unterwegs, um überhaupt da hinzukommen. Und dann in einem Theater? Im Zuschauerraum waren Menschen, auch Flüchtlinge. Da hat er gerümpelt. Und dann kommt diese komische Frau mit diesen Klamotten. Und dann stellt man den Kontakt her. Die hat ja dann erzählt, was sie angeblich uns alles liefern kann. Aber wir sind ja auf die Schliche gekommen. Ja. Wir haben uns nicht pfeifeln lassen von ihr. Sie hatte ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Ich kann das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Dieは das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Vielen Dank.